so hallo leute ähm und zwar gehts gerade da drum wegen stream haben die in den nächsten tage und zwar vielleicht die leute wegen dem stream haben die mich dabei ich bin ab nachher auf abschlussfahrt und somit kann ich auch erstmal bis januar streamen samstag und freitag auf jeden fall ein stream kommen samstag muss ich leider schauen da haben wir am samstag im urnfarm ich weiß jetzt gerade nicht nach wann ob es gegen abend so und so ja ich hab weh ich hab weh ja nein ich bin jetzt eigentlich kein gewissen haut rein Bis zum nächsten Mal.